Und hier soll sich ein Bunker befinden und wir haben ein neues Spielzeug mit und zwar Philipp, stell dir mal vor, keine Sonne will. Und zu, ne? Ne, auf! Nein! Doch! Mach keinen Scheiß! Doch, auf! Geile Scheiße! Oha! Freunde! Guck mal, und vor allen Dingen hat er gleich in den Stromkasten gepennt. Oh, geil, ne? Ich muss echt gebückt hinnehmen, das gibt es nicht. So, Philipp ist weg. Bei ihm aussätlich. Ach, ich sage hier noch Kopflicht an. Ne, ich habe hier. Von der Größe her sehr beeindruckend. Ich habe keine Lust mehr. Tschüss, Philipp. Hau rein! Das ist ja gigantisch. Ich mache das schon. Also wir haben die Vermutung, hier ist jemand. Guck mal da. Hier ist jemand. Bist du noch hier drinnen? Dann komm jetzt raus, bitte. Wir mögen keine Überraschungen. Ja. 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 Ich habe keine Angst. So, Philipp hat Pollenflug. Wie nennt man das? Ja, Pollenflug. Pollenallergie. Du kennst dich gerade trotzdem tapfer durch. Erstmal morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir befinden uns, ihr könnt ja mal gucken. Im Wald. Hier ist nichts. Außer… Wir sehen den Wald vor der Bäume nicht. Hier ist nur Wald. Und hier soll sich ein Bunker befinden. Und wir haben ein neues Spielzeug mit. Und zwar, Philipp, stell mal vor. Sieht man es? Ja. Unsere Sondel. Eine Sondel. Also, es wird ein sehr interessantes Video. Wie immer heißt es. Kommt einfach mal mit. So. Ja, ich kann hier gar nichts auf dem Handy erkennen. Ich auch nicht. Wo soll denn hier ein Bunker sein, bitteschön? Oh. In videos 2018. In videos 2018. SENSIBEL! Zehn Minuten! Ja, aber wie? Hinten wir mal rumkommen. Entschuldigt mal bitte die Kameraführung. Aha, jetzt hat er wieder. Ich hatte keinen GPS. Warum hast du nicht? Wo? Hier lang. Nee, was macht er denn hier? Komm mal her! Was soll das Ziel sein? Was sollst du denn hier? Na, Nickel, fünf Zettelstücke und was. Wo soll das Ziel sein? Der weiße Punkt da? Wir sind hier. Siehst du das? Ja, wir müssen da. Sieht man doch. Ey, wir sind hier... Von wegen Glasfaser und so ein Scheiß. Ganz ehrlich, ich hab hier keinen Empfang. Hier ist wieder Ente. Ach, keine Ahnung. Lass uns erst mal den Munker suchen und dann sondern wir da. Mein Freund. Am Strand geht das besser. So lange habe ich das, denke ich, auch noch nicht. Dann müssen wir uns erst mal ein bisschen einfuchsen. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo im Bunker ist. Wir gehen immer weiter weg. Nimm mal die Navigation, bitte. Übernimm mal, ich kann ja nicht... Hier ist doch der. Nee, nicht in die Kamera zeigen. Ach, da ist er. Ja, wir gehen doch immer wieder. Genau, dann... Siehst du? Ja, dafür habe ich Philipp. Deswegen steht auch zentrieren da. Zentriere dich gleich mit dem Freund. 20 Meter... Sag nicht, das ist das Bunker. Das ist das Bunker, das ist der Bunker. Wo ist hier ein Bunker? Sind wir noch richtig? Ja. Sie haben das Ziel erreicht. Wir haben das Ziel erreicht? Wir sind gleich da. Zehn Meter noch. Da ist noch eine Erhöhung, Philipp. Und da ist auch eine Erhöhung. Wir stehen in der Vertiefung. Zehn Meter noch. Wo hinten geradeaus? Eins, zwei, drei, vier... Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. So, ich hoffe euch hat das Video... Wir sind nicht da. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wir sind durch. Kurzes und knappes Video. Ah, da sieht's doch schon, guck mal, guck mal, da sieht's doch schon nach Bunker aus, da vorne. Ja, ja, hier ist auch schon Metall. 20 Meter. Wir entfernen uns wieder vom Eingang, Philipp. Wir müssen genau in die entgegengesetzte Richtung. Das ist aber kurios, ne? Und ich glaube auch, der Förster erwischt uns bald hier. Hier könnt ihr mal... Hier ist wirklich... Wir sind hier mitten... Vor allem, guck mal, da ist der Hochstand, der ist ja noch gar nicht so alt. Wir sind hier mitten im Wald. So, jetzt gehen wir wieder verkehrte Richtung. Mich bescheuert, oder was? Also, ich gucke immer nebenbei auf dem Handy, deswegen entschulde ich mal bitte die Kameraführung. Ich hab ihn. Echt jetzt? Ja. Du hast ihn gefunden? Dachte ich. Mach keinen Scheiß. Sah es ja jetzt so aus. Ah. Verdammt tags. Aber da hinten sind noch mehr Erhöhungen. Ja, 10 Meter. Wir kommen dichter. Wir kommen... Da hinten sieht es doch noch Bunker aus, oder? Hier ist doch der Bunker. Die Türen sind zu. Die Türen sind zu. Ja, super. Geil. Und mein Navi zeigt gerade wieder an. 500 Meter. Hier. Ist das euer Ernst? Ach, guck mal, hier gucken die Rohre raus. Hier muss es irgendwo einen Eingang geben. Ja, die kriegst du nicht weggeschoben. Ich will reingucken durch die Löcher. Ach so. Oh ja, hier ist er. Das ist der Bunker? Ja, guck mal an. Ja. Komm, wir müssen den Eingang finden. Oh, der scheint riesig zu sein. Kann das sein? Alter Schwede. Ich würde sagen, immer da, wo Erhöhungen sind, ne? Oder was meinst du? Da ist ein Rohr draußen? Ja, das ist schon mal ein Belüftungsrohr draußen. Bei unserem Glück haben sie den wieder zugemacht. Oh. Stehen wir jetzt quasi auf dem Bunker, ja? Na, das wird der Bunker nur sein, ne? Obwohl, die sind ja überall Erhöhungen. Ja. Aber ... Das war der Eingang auf jeden Fall. Da stehen auch Bäume drauf. Da stehen auch Bäume drauf. Ich hab jetzt gedacht, das ist ein Zeichen dafür, dass kein Bunker ist. Aber da kann noch eine ... Das war der Eingang? Jetzt sind wir ganz umsonst hierher gefahren wieder mal? Ja, heute sollte es nicht sein. Das ist auch ne Tour heute wieder eh. Wir haben bis jetzt bloß einmal Glück gehabt. Ich mein, das war richtig cool, das Erlebnis, aber ... ... Hier ist noch eine Tür. auch verbuddelt das gibt es doch nicht guck mal hier ist ein begrenzungsfeiler das meine ich doch ja nummer drei sogar mal filmen bunker 3 oder bunker 3 und zu ne auf nein doch mach kein scheiß doch auf geile scheiße echt jetzt ist bestimmt ein raum der alter ich glaube die hier durch den ganzen wald ja vielen dank fürs zuschauen geile scheiße so viele putz noch bitte meine wo wollen wir die sonne verstecken oder willst die drinnen können wir auch so kann man drinnen sollen ja das ist wegen dem metall doof kannst du mal meine kopflampe bitte rausholen aber ich kann ja auch ich habe auch keine kopflampe dabei deswegen sind die taschenlampe dabei philipp hat mir hier echt mit dings zu tun hier mit allergie so na gut dann gucken wir mal wer sucht er findet ja ob es nur ein raum ist oder das geht hier um das wäre ja aber da wäre schon geil wenn das hier stellt immer vor jetzt könnt ihr schon mal aber jetzt haben wir uns natürlich auch verraten durch die frischen spuren wir sind doch schön doof so ich gehe schon mal vor so du musst deine kamera noch anschmeißen ich habe kopflampe auch dabei du stell mal ein ich lass mal hier guck mal ob ich hier aber wenn du einen raum hast überhaupt lohnt ja alter ist das eng hier oha das aber mann geil hier du kleines dummes arschloch ist nur ein raum ich hasse dich das ist der ganze bunker ja bisher ja auf alle fälle krass ich zeige euch schon mal was interessantes hier denn philipp hier vorbereitung macht der schwede das ist ja man ich glaube wir haben die nennt man denn diese fässer pech ach so das sind zwei einzelne wir haben nicht so viel glück philipp das werden alles nur so eine kammern sein hier einen kompletten gang lang falsch gedacht und sollte noch eine überraschung bevorstehen mit der wieso nicht gerechnet haben ach hier hing bestimmt der feuerlöscher so ich habe alles dann los ist hier genauso aus wie du jetzt wo die so die türen hier sind schon mal betten nein das wollte ich die damit sagen passt mit der auf hier die gewinnestangen muss die der hand wehgetan das sind gleich die haare weg dies blut dran dann gleich er blut ich ja nein wie kann man denn so die scheiße hier machen aber guck mal geil ja mit betten hier also hatten wir auch noch nicht ne das ist ja machen wir halt dann ich lege mich ja nicht rein die ganze die ganze darin pennen ja keine ahnung guck mal vor allem hat er gleich neben stromkasten gepennt da war da war die werbste stelle ja aber jetzt mal kein wunder dass die dann eine andere waffel hatten aber wieso macht man sowas hier das haben sie nachträglich gemacht die steine sind doch siehst du das ja und wofür ja aber hier sind wir hatten ja schon mal ein guter da habe ich mir auch über die die hat schön wehgetan der aber geht jetzt alter war eine hohle stelle richtig lang das ding so dank man hier ja passt bloß auf wir haben irgendwas gesichert damit hier sind keine betten mehr sind alles nur so eine kammer vor allem überall die wetten weg ja das war es anscheinend die haben glück ich werde ich glaube philipp aber das sind ja so eine partie nur ich werde bekloppt aber geil ich muss sie gebückt gehen ja hier sind die betten noch da ich dass ich hier so gebückt gehen muss geht mir richtig auf den sack guck mal hier ist ausgang was das vom trabant ja das habe ich gesehen durch den schütz das vom trabant oder blöd das ist ja klappe was das tatsache aber das ist kein trabant ist ganz schön schwer aber das ist trabant ja weil die kuhflüger seine hoch hat was ist der eingang muss das sein wer bückt sich jetzt hast du den vorteil das ist so klein ist ja du kleiner scheiße ich muss die gebückt gehen die ganze zeit die ok ich bin gespannt was uns da noch kommen hier sieht man nur so ein ofen noch mal ausstand die von uns es muss ja irgendwo raus gegangen sein die die abgase ich will vor jetzt macht einer da vorne zu ach hier guck mal abfertigung sag mal wie klein waren denn die menschen ich gehe hier gebückt die abfertigung muss so lang hier konnte ich hier gar nicht wenig stehen alter mit mit treppe so gehen wir gibt ein schönes bild wenn du da hinten ganz klein zu sehen bist und dann kommt jemand und naja ich weiß nicht ob ich noch eine vielleicht fängt mich auch hier eine ab jetzt braucht die strafe da geht's hoch hinten ja ich hoffe wir kommen noch in die anderen gefielten rein das wäre ja hammer ich kümmer mit aber was machen denn die ganzen autositzige auto teilen hier wird mir ein auto noch drin gewesen seine garage hat was ist nicht mehr viel drin aber ich muss echt gebückt gehen das gibt es nicht so viele bis weg beim außerlicht ach ich sage noch kopflicht an hier ach da geht es gar nicht weiter ich vermute da geht es gar nicht weiter da hinten doch links und rechts und hier geht es auch noch rein also das ist ja ein bisschen haben wir jetzt gerade ich bin begeistert hier haben schon einer die ofenrohre die sind der hammer nicht weiter überall china bürger hier ja vor allem eine fontäne 25 schuss haben die hier drin gezündet ja die haben eine macke oder was macht wie kommt man auch so idee hier hinzugehen und denn ja können nur juden sagt ihr immer wieder ja vor allem diese weiten weg wirklich wir dürfen ja nicht verraten wo es ist für euch notausgang 50 meter quatsch da und da auch eine ist nicht das sind die die wir alle gesehen haben das sind wir doch im ganzen bunker wir sind im ganzen bunker wir gehen erst mal da lang ja dann gehen wir damit zurück krass alter es ist überall die betten und es sind überall betten und bösen nur drin und das war eine unterkunft richtig also nur zum pennen die öfen wie gesagt jetzt haben natürlich wir nicht auch voll hell flackerte bestimmt die ganze zeit schön ich möchte nicht mehr gebückt gegen mein freund ja das brauchen wir euch alles nicht zeigen das ist alles das gleiche hier finden wir doch was aus der nachkriegszeit pyrotechnik ich weiß schon titelbild titel dafür der bunker mit der ganzen pyrotechnik und dann blendest du alles von weg ein dahinten sind noch mal 50 meter ja ich weiß ja hier sind überall so eine kammer hier da waren filter die konteste in die konteste in das ist dieses für innen auch von 1988 guckt euch das mal an bitte labor machen wir die lampe bitte genau etwas von 1988 der filter forderung zur verlieren nutzung november 1990 krass sagen wir kommen der sache näher ja damit habe ich jetzt aber nicht so gerechnet dass er so groß ist leider nicht mehr viel um nicht mehr viel drin hier ist wieder notausgaben hat echt mit seiner allergie zu kämpfen mit seiner bunke allergiene keine bunke also was gefunden ist zugekippt mit sand ich komme vor minuten sowie im hotel hier jetzt immer 26 für sie ja okay alles klar oder so gemütlich ist das die möglichkeit haben sie hier in holz vorgemacht damit sie freizeit gegen rennen oder damit sie ganz so richtig tut und ich weiß es nicht ja die betten wir haben echt mal hier muss man sich mal vorstellen wir haben wirklich mal welche drauf gepennt immer zwei stück ein kleiner große das ist die gleiche breite aber trotzdem hast du mir platz kommen wir hier verblombt noch ist noch verblombt stromkasten gestrungen zähler der stromste teile wir hatten also hat mich mal so eine böse drin haben überall gekappt wenn wir sie wieder da wird zeit für eine neue tasche ich habe schon einen warenkorps hier eine woche bandscheibe von der größe her sehr beeindruckend es ist zweimal alles dasselbe aber naja und was die mücken sind unten ich habe noch nicht eine gesehen du hast du nicht einiges du hast dir wirklich den kopf gestoßen kann das sein so leicht du musst dich noch mal ins bett legen für ein foto und dann krachst du ein der krachi ein ist klar ich habe ja nicht gedacht nach der aktion dass wir noch auf den zweiten eingang finden wir würden wir denn wenn denn hier ja ich habe keine lust tschüss philip hau rein ach das ist ja gigantisch ich mach das schon ich geh schon drogenaufnahmen machen ok ja kein problem ich finde gar nicht alleine raus karte was heißt karte ich kann ich war nie mein bund ich kenne nur karte ich kenne nur karte ja pass auf da haben sich eine falle gebaut selbst wenn der ist das denn ernst ist es geht es noch mal 100 meter aber guck mal oben sind stufen ja das sind die waren dinge für den wald aber guck mal die feine sind alle für zurück die feine gehen jetzt in diese richtung gehen meinst du jetzt erst aber wo das licht jetzt überlegt man wie weit wir schon gelaufen sind das nicht dann wird das aber das ist aber auch auch eng wird da der eingang sein weil der deckel oder da ist das was wir als erstes gesehen haben wo ich gesagt in den stufen geh mal da um die ecke da geht es noch weiter ich dachte eben hier nicht doch ein altes fuch aber marokkanische zigaretten hier du hast du geh mal um die ecke da geht es noch weiter ach ja ach so wir nur notausgang ja aber wie eng auch du solltest ja auch so schnell zack die luke ran fertig mal hier lüftanlage und dann war es plötzlich soweit ein extrem starker alkoholgeruch stieg mir in die nase philipp konnte aufgrund seiner allergie leider nichts riechen ich versuchte ihn zu warnen ohne worte also wir haben die vermutung hier ist jemand komm her was ich so hoffert mit einer nase das ist ja diesel es ist alkohol ist hier jemand wir sind ganz normal nicht überraschen weil dann wird komisch dann wird komisch genau also bitte erkenntlich machen wir wollen nichts für 500 die nur und wollen nichts böses uns interessiert das gar nicht ob du hier drin bist oder nicht weil wir dürfen ja auch nicht drin sein wird sein leg mal beiseite so wir kommen jetzt in die richtung hier überrasch uns nicht ne alles gut wir wollen die bus film okay ich kann drüber sagen wie gesagt wir tun dir nichts das riecht extrem nur alkohol hier wird immer doller oh ja das riecht aber frisch du komm her hier ist noch ein tisch und stuhl drin zentrale lass uns jetzt mal weiter gucken hier ist jemand gehst mal gucken bitte hallo guck immer bloß nach hinten weil du kannst in der tür nicht reingucken darf ich mal durchgehen kalter rauch dicke triad guck mal da geht es da noch hoch hier ist dicke triad gewesen da geht es noch weiter jetzt müssen wir erstmal gucken was hier los ist von wo kommt der denn rein hier ist alles zu hier ist ja hier kann keiner sein kann nur in der kammer sein oder hier auch irgendwo versteckt also wir haben ganz frischen alkohol und man hat ja vorhin gesehen die die bierdosen aber kann das auch von den bierdosen kommen so ein frischer alkohol das ist ja schnapps das ist klar wo ist der schnapps es riecht nach schnapps oder es ist nicht mehr schnapps nach wodka und korn aber ist ja ganz frisch ne ja also so lange kann kein komm her du sollst nicht erkennt mich zeigen ich schlag dir eine rein nein wir tun hier keine gewalt an wenn du mich überrascht dann schreck ich mich wenn du uns überrascht dann geht es böse aus wie sieht eigentlich meine Dings aus deine Wunde? nein meine meine Kamera ist gut weil ich vorhin irgendwo hingestoßen bin ja alles gut so hier liegt noch ein Aktenordner jetzt gehen wir mal rein in den Raum da ich hab kein Problem damit aber geht man so weit in den Bunker ich schiebe hier auch gerade einen Film ne? gerzen denn auf jeden Fall hier? alter wie weit geht denn das noch? man habe ich mich gerade erschreckt ich so hoch was? entschuldigt jetzt die Bewegung wenn etwas hektischer komm raus wir film hier nur und mehr machen wir nicht das heißt wieder voll die Schüsse hier? ne wieso voll die Schüsse? sonst heißt es entschuldigt bitte die Kameraführung aber ich gucke auch nach links und direkt ist ja wohl klar ne? ich achte jetzt nicht auf die ich achte jetzt nicht auf die äh als wenn vor kurzem wie gesagt eine da das ist wie sag ich ja ich hab's ja gleich gerochen und kalte Zigarettenrauch was ist denn da hinten? warst du da hinten? da war ich schon drin ne? ist nichts gut hier sind auch Kerzen hier unten sind auch Kerzen na gut dann gehen wir mal rein in den Raum warte 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 da rum? ja hier vorne oder der zweite? extrem ne? aber wie gesagt das ist kein Bier ne weiter warte guck ok los bist du noch hier drin? keine? dann komm jetzt raus bitte wir mögen keine Überraschung hast du gehört? es ist alles gut wir kommen in friedliche Absicht wirklich jetzt da ist noch interessante sachen drin zum filmen die kamera hat es ja nicht gesehen aber es riecht extrem nach alkohol und das kann ich nur nie von kommen guck dir mal auf ablaufdatum genau auch bier ist leichter zu machen noch haltbar ja aber wasser äh 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 wasser hält sich doch lange ne? was hält sich lange? guck mal wann das Bier abgelaufen ist mit dem Haas äh 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 24 ja also ganz frisch aber das riecht nicht dabei aber wer lebt denn hier mitten im Wald im Bunker, Digga? vor allem erst mal sieben Hülsen Zigarette ist aber auch nicht drin ist nicht drin? ne aber es riecht nach kalten Rauchen was ist denn hier Müll? Müll? Müll Müll als wenn sich einer ja pass mal auf wir gehen jetzt mal du hältst mal den Eingang frei ich geh mal hier meine Kamera rein als guck mal hier hat sich das noch einer gemütlich gemacht oder was? ja und ich riecht es auch ganz stark nach Zigarettenqualmen kalter Rauch ja wo ist der Aschenbecher? hier hat sich einen Tisch gebaut aus einer Tür hier ist noch ein Tisch guck mal da ist auch schon wieder Müllsack äh hier liegt Tabak auf dem Tisch als wenn sie eine dreht, weißt du? ja aber kein Rauch hier ist gerade nicht Tabak auf dem Tisch hab bloß den Eingang im Blick ne da ist äh keine Türen krass wohnt hier wirklich noch einer? aber dann hätte er doch was steckt was steckt man denn hier hinter? vor allem vor allem wie verbarrikalliert er sich? gar nicht aber hier schläft ja auch keine das ist ja Quatsch hier sitzt ja nur eine aber jetzt bin ich mal ehrlich mitten im Wald ganz alleine du weißt ja nicht was hier alles die sieht schon älter aus die sieht schon älter aus ja aber das riecht nach kalten Rauch und Alkohol also definitiv Alkohol ja aber hier ist jemand hier war vor kurzem jemand das sind ja auch eindeutige Zeichen Zeichen dafür vor allem noch haltbar das Bier alles haltbar Müllsack aber was will man denn mit Wasser? wenn man alkoholabhängig ist krass damit habe ich jetzt nicht gerechnet ich habe mit viel gerechnet kannst du eigentlich ganz ehrlich aber ich habe das sofort gerochen hast du blauen Sack dabei? auf den Flaschen? ja gut genug oder was? wie gesagt musst du auch immer weiter nach links und rechts gucken ich wollte gerade sagen hier ist der Toilettenstuhl aber hier hat er so einen Filter auseinander genommen aber schlafen höchst wahrscheinlich wir haben noch nicht alles durch ne? war das so? wir haben ja noch nicht alles durch sag ich noch nicht ganz aber stopp noch mal zurück gespult und die Anfangsszene als wir den Alkoholgeruch wahrnahmen wir gingen erst flüchtig durch alle Räume auf der rechten Seite um zu gucken ob sich dort jemand befand und im letzten Raum sahen wir das für mich sieht es aus wie eine Matratze was meint ihr? schreibt es mal in die Kommentare waren wir hier schon? du denkst du es kann jetzt überall kann einer sein ne wir sind von hier gekommen weil da ist der Metallsektor ach so den hätte ich schon wieder vergessen ja schön 160 Euro oder was? ach mach keinen scheiß sollt ihr den Metalldenk doch hören? ja alter ist nicht dein Ernst wir kommen da hinten rüber in den anderen oh wie heftig das ist ja wohl heftig wie riesig ist denn dieses Teil und denn noch dieses Erlebnis jetzt alter ist ja um Gottes Willen gut müssen wir durch als ruhig wenn du Frosch werden willst Philipp Gesundheit danke ah ich weiß wo er raus ist da oben? ja hat er uns gehört und dann ja hier ist ein Deckel er hat uns gehört er hat hier kann man raus da können wir ja noch raus warum nicht zurücklaufen ne? was ist denn mit dir? boah wie eng das ist hier Bunkerallergie boah hier stinkt es aber modrig alter der hat uns sicherlich gehört und ist abgehauen weil das er ganz frisch nach alkohol gestoßen also als wenn du gerade eine Pulle verkippt hast ja ne? also ich komme mir ein bisschen vor wie es ist jetzt Schluss nicht hier ey ich hab nur ein Rohr in der Hand heftig hast du gedacht dass das so groß ist? ne ich hätte ja nicht gedacht dass es reinkommt ne damit habe ich auch nicht mehr gerechnet das ist ein bisschen cool jetzt hier gerade damit man mal die Verhältnisse sieht Philipp kommst du an mir vorbei? ne ne du hast du nicht aneinander vorbei dein dicken Rucksack heran aber ich kann ja mal so zeigen schreibe man die Namen zur Seite bitte den Kopf auf ja krass alter jo der ist geflüchtet der hat nichts gehört er kennt sich das bestens hier aus und ist geflüchtet aber was macht er hier der schlicht auf der hat auch nichts zum schlafen gehen gute frage ja wie weit soll ich denn noch mit dir laufen? alles gut bei dir? was? alles gut bei dir? wenn wir abbrechen müssen wir es sagen ne? Abbruch dann späh ich dich aber nicht mehr ja du dann gehst du heute wie viele Kilometer rennen wir denn hier? habe ich überhaupt noch Speicherplatz? ja oh soll ich dir gleich eine klatschen oder später? du links rechts und nach oben ach hier dann aber hier wäre ich jetzt nicht alleine reingegangen oh hier sind noch richtige Betten mach keinen Scheiß aber richtig Hemmer oh hier Philipp hier sind alles voll guck dir mal das an echt das ist ja unglaublich hier oh so auch das mal geil ist hier ist noch ein Tisch also das ist ja unfassbar das ist ja unfassbar hier oder was? ist das ein Fund mein Freund? du hast doch gedacht ich soll mich in den Bett legen du hast doch gedacht ich soll mich in den Bett legen hallo Herr Schmidt Herr Schmidt Einsatz boah ab los durchgelegt aber wie illegal du hochkommst aus dem Bett rauskommst nehme ich gar an da ist er abgehauen durch das Loch das war vielleicht hat er uns gesehen dass wir den einen suchen der hat uns gehört wir haben ja draußen quatschen alles ja so was ist denn das hier nun? sag mal das Datum ja suche ich ja mit dir oben rechts mhm bestimmt so oben rechts alter Schwede boah rate mal wat? rate mal ja warte mal du hast raten nicht warten Philipp dann ist nicht dein Ernst ich hab hier ne ich hab keinen Bock mehr äh von äh 1990 25. Februar 23 von 1923 in die Bildzahlung 23 2023 ach quatsch ja aktuell? aktuell dann haust hier doch einer noch über die Tabletten was für eine Tabletten auf dem Bild ach da ja haben wir jetzt dein Quartier kaputt gemacht? irgendwas passiert hier heute noch ja bist du sicher? ja wo bist du jetzt lang? hier wir müssen doch erstmal hier lang guck mal bitte hier was? guck mal bitte hier und guck mal bitte hier aber der Gang da sind wir doch eben gekommen ne doch wieso nicht rechts da ist doch das Loch da hinten da hinten ist genau so ein Gang jetzt hast du die Orientierung verloren nein hier sind wir doch gerade rausgekommen okay ich streite nicht aber guck mal bitte hier rein ja ich würde sagen die zentrale wir kommen hier tage lang nicht raus Freunde wir sind von da vorne gekommen nee es war ein anderer Gang nein da war doch der wo er abgehauen ist ja pass auf ich beweiste das ja so falsch kann ich nicht liegen das sind ach so das müssen äh hier ist die Nummer 2 die haben eine extra Kabine hier müssen äh Ranghöhere äh schätze ich mal weil äh die haben ja auch andere Betten und noch ein extra Zimmer da hinten so ich bin auf der Suche nach demjenigen gar nicht gleich hier war eine Schallzentrale ja das ist ja unglaublich da ist gesagt das ist unfassbar wie weitläufig das noch ist hier Freunde ne du hey du wolltest mir den Gang zeigen so und hier ist er doch willst du mich verarschen oder was wie heftig ne ja warum gehst du jetzt erst den lang wo dann den machen wir nicht her oder was ja ich möchte nur mal gucken dann würde er da hinten aber es ist Philipp es sieht so aus äh wir kommen hier im Dunkeln raus mit Drogenaufnahmen wird hier nichts mehr hier stehen auch überall Bierflaschen hier steht die Goa Party über denkst du denn Pilztrip und dann ab durch den Wald aber die Bierflasche steht schon ewig hier nur weil die schimmelt heißt das Licht dass die ewig steht hier war der Schaltraum oh ja wie machen die das denn im Dunkeln haben die auch so viel Licht mit wie wir du jetzt waren doch überall immer Lampen dran haben sie da alles abgemacht ne jetzt ich meine derjenige der hier Taschenlampe wahrscheinlich noch lebt Taschenlampe Powerbank es ist unfassbar wie viele Minuten film ich denn schon wa wir sind schon eine Stunde hier drinnen unfassbar ey Mumpelmaxx ey Mumpelmaxx oha oh hier sind Gefängnis gewesen ok es wird immer interessanter ich brauch nur ne Armeekiste so ne alte Waffenkiste ne Munitionskiste oder irgendwie sowas ne ja 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 die haben hier Partys gefeiert alter guck mal hier ist die Lounge hier ist Techfloor ja aber wenn du hier eine Party feierst und der irgendwo hinknallst alter dann hast du auch die ich bitte dich die haben hier Partys gefeiert da hinten ist die Bar guckst du dir an Tatsache die haben hier Partys gefeiert sag mal haben die hier nichts mitten im Wald aber auch mitten im Wald die sind der Kilometer im Wald ne die haben doch geschossen oder was ne ich glaube die sind so geplatzt guck mal aber haben Müllbeutel mitgenommen ne ja die haben hier gefeiert ey hier stinkst auch nach Zigaretten die die war gar nicht so alt 23 22 Stück 8 Euro keine Ahnung wie viel heute das ist der Waage wird Raucher mal bitte reinschreiben Die haben hier die Partys gefeiert, das ist ja geil. Hier haben sie das DJ-Port drauf gehabt, oder was? Ah, die Tische waren so, ne? Die sind original so. So, ich muss rausgehen. Nee, DJ immer hier drauf. In der Kiste hat er sich hingesetzt. Ach guck mal hier, Truppenvorrat, chemische Dienste. Das ist ja auch mal geil. Das ist auch so eine Vorratskiste quasi, wie es hat er schon drauf stehen, ne? AFK Records. Wollen wir mal googeln. AFK Records hat hier gefeiert. Oh. So, sind wir durch, ne, Philipp? Ja. Ja? Würde ich sagen. Okay. Gut, Freunde der Nacht, gehen wir raus und machen dort, und wir gucken, was uns da erwartet, ne? Nicht, dass ich über den Dölz krieg. Ja, nimm mal. Warte. Muss ich meinen Taschenlamm wegstecken? Und du wirst mich jetzt wirklich tatsächlich alleine hier unten lassen, ja? Bist du bescheuert? Wenn der krieg ich ja auf den Deckel. Oh, ich hab mich schon wieder... Oh. Das hat sich am Hohl angehört. Entweder hast du die Hohlkammer erwischt, oder dein Kopf. Oh. Jetzt hat es bei mir richtig gescheppert ihn. Ja, blutest du? Nein. Weiß ich nicht. Woher soll ich denn sehen, dass ich blute? Oh. 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 Aber er denkt noch ans Füllen wenigstens. Oh. 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 Ich hasse ihn. Ich glaub aber irgendetwas drunter getroffen. Komm raus. Ja, es streuselt alles runter. Komm raus, hab ich gesagt. Aber hier riecht es extrem nach Alkohol. Füllen sie mal bitte. Achso. Er kriegt die Kamera in die Hand und hält sie in die Wüste. Ich frag mich jetzt nicht, wo wir sind. Aber das war mal geil, ne? Ja. Boah. Ich kann ja doch noch die Drohne fliegen lassen. So, Freunde. Mach den Deckel zu nicht, dass hier eine nachts reinfällt. Kurze, kleine, schnelle Abmoderation. Hä? Achso. Das ist ganz komisch. Ja, die Haut. Die haut während hier. So. Wie offen. Euch hat das Video gefallen. Philipp hat sich durchgequält. Der hat wirklich mit dem Pollen zu tun. Heute extrem stark. Jetzt hab ich die Lampe an, ne? Ja. Du hast ab und zu mal die Lampe an. Die Lampe hatte der da unten an. Ja. Wieso blinkt der jetzt denn nicht? Machst du Disco, mein Süßer? Ja. Wir waren noch im Tech-Flo, oder nicht? Wir hoffen. Kann man den Abdrücke sehen. Euch hat der Film gefallen. Ja, Eierkopf ist Eierkopf. Liken, teilen, abonnieren, kommentieren. Oh, meine Nase sieht aus. Mir tut mein Kopf weh. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Euer Jäger und Philipp. Tschüss. Oh, mir tropft die Nase, Alter. Ist okay, Philipp, ist okay. Nein. Wir haben das vernünftig verschlossen. So, Sand drüber. Wie der hier so ruhig jetzt pennen kann drinnen, ne? Aber er hat ja nirgendwo gepennt. Sonst hätten wir einen Schlafplatz gefunden, oder? Ja, hier auch eine Bierflasche. Guck mal, der kennt sich besser aus als wir. Hier gibt's bestimmt noch mehr so eine Dinge. Ja.